Moin, ich bin Marcel Otte. Ich arbeite beim Geiger Agrarservice. Ich bin heute hier der Hexerfahrer. Wir sind hier im nördlichen Emsland an der holländischen Grenze. Heute haben wir hier eine kleine Besonderheit unseres Maschinenparkes. Die Besonderheit bei dem Hexer ist, der ist sehr bodenschonend. In Kurvenfahrten hebt er das Laufwerk aus. Mein Name ist Stefan Schottel-Lohmöller. Unser Betrieb ist hier im Emsland. Das ist im nordwestlichen Niedersachsen. Ziemlich nah an der holländischen Grenze. Wir melken so 250 Kühe. Wir sind heute Morgen um 7 Uhr angefangen und jetzt sind wir in einer Stunde fertig. Das heißt, ist dann irgendwie halb drei oder sowas. Wir sind eigentlich ganz gut mit zufrieden mit Geiger. Wir sind immer pünktlich und die Leistung stimmt auch. Also da bin ich gut mit zufrieden. Heute machen wir etwas mehr als 60 Hektar im dritten Schnitt. Und das machen wir mit dem Lohnbetrieb Geiger. Die sind hier heute mit dem Terra-Truck am Häckseln. Weil wir haben viele Moorflächen. Da ist das eigentlich ganz gut wegen Bodenschonung. Ja und auch mit den Tridimwagen. Die sind ja auch gerade bei den Moorflächen sind hier im Vorteil. Die laufen gut drüber her. илось damit zufrieden. Die sind nie gut. Wenn ich geht, sind Sie und viele einschränkte inches? Das haben Sie jej Großen und sagt, man ist beim Tele Namen die Das ist jetzt gar nicht so 180. Die sind ja auch gerade durch wasgeneration wird. Die sind juke weit drüber aus painters.